7 Uhr morgens, wir haben uns jetzt auf den Weg zum Winterberg. Wir wollen heute noch ein bisschen testen Ski zu fahren. So echt. Es regnet zwar gerade noch. Es war so tropische Regengefühlen, weil es absolut warm ist. Aber naja, mal gucken was das gibt. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns im Winterberg oder so. Also wir sind jetzt im Winterberg angekommen. Ich stehe auf dem Ski an. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber fühlt sich das jetzt lustig an. Ich habe wieder vollgemacht. Passt. Zwei Minuten Ski gefahren und du kannst nicht mehr. Hallo. Hi. Ist die Niche an? Klar, die ist an. Eine tolle Freundin nimmt mich hoffentlich selber von hinten auf. Das hört sich komisch an. Aber guck mich mal an ey. Du siehst doch keinen Mensch hier. Ja, wir fahren jetzt. Wir können das. Trophies. Das sind wir jetzt voll dagegen. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir sind jetzt mal wieder im Lift, es ist absolut am Regnen die ganze Zeit, es war nur Nieselregen, aber durch die Brille sieht man gar nichts, einfach komplett nass, aber sonst, voll nice. Ich fand jetzt nur ein paar Laps und fang dann irgendwann wieder nach Hause. Das ist Game of Ski. Da hast du den Stock losgelassen. Ich stand da voll drauf, der war hier drückt. Also es fängt jetzt wieder an zu rechnen, aber wie man sieht, es ist geistkrank durchgeworden. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.